Hallo, das ist der YouTube-Channel Ich. Ich bin Vanessa, bin 26 Jahre alt und berichte Ihnen über das Bahnhofshittel in Frankfurt. Ich bin 2014 das erste Mal hier gewesen. Da habe ich angefangen dann zu kiffen ab und zu, dann habe ich mal Speed eine Zeit lang genommen. Das ging ein Jahr ungefähr. Dann habe ich andere Leute kennengelernt und dann habe ich halt mal Heroin gesehen. Und irgendwann wollte ich es auch mal ausprobieren. Ich habe ein halbes Jahr Nase gezogen, ging noch. Am Anfang war der Törn, es ist zwar, hört sich komisch an, aber man übergibt sich dann und so. Das findet man toll und so. Das ist der Törn, aber irgendwann brauchst du es halt einfach für den Körper, weil du richtig Schmerzen hast. Und es wird halt immer teurer. Und dann habe ich ein halbes Jahr halt nur Nase genommen, kann man auch rauchen auf Alu. Und man kann es halt spritzen. Und ich habe halt angefangen, dann irgendwann nach meinem Jahr mir selber den ersten Druck, sagt man, dazu zu machen. Ja, und dann war das wenig, wenig, wenig. Und es wurde halt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja, und dann fing es an, kriminell zu werden, klauen, an Geld halt ranzukommen. Ja, und dann ging es an, Anzeigen, bla, blablabla, und irgendwann bin ich dann erst mal ins Gefängnis gekommen. Dann habe ich zwei Jahre und sechs Monate abgesessen. Dann hatte ich drei Monate einen alten Sohn, bevor ich ins Gefängnis gekommen bin. Das war Mitte 2014, nee, gar nicht, 2015 bin ich reingekommen. und dann, ja, mein Sohn war bei meiner Mutter, Gott sei Dank, für ihn habe ich auch Sorgerecht noch und alles, weil ich ehrlich auch war zum Jugendamt, ich habe gedacht, Ehrlichkeit ist am besten, damit ich ihn nicht verliere, er lebt jetzt bei seinem Vater, ihm geht's gut. Ja, dann bin ich irgendwann nach dem Gefängnis gekommen nach der Zeit, habe bei meinem Opa gelebt, dann ist meine Oma gestorben, dann musste ich halt, musste er ausziehen, und ich wusste halt nicht mehr wohin, viele Probleme auch, habe mich allein gefühlt, weil immer nur, wenn ich was Geldmäßig hatte, war ich interessant und sonst uninteressant. Ja, und dann bin ich hierher, hier hat man sich halt geborgen gefühlt, die Leute verstehen einen, nehmen auch das, ja, und dann irgendwann habe ich den ersten Stein geraucht, Crack, und der regiert hier die Straße, kann man sagen, du wirst als gieriger, 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 ja, und dann fing es an. Irgendwann habe ich mir dann Heroin und Crack gespritzt und das nennt man Cocktail und dann war es ganz vorbei, weil das kann man rauchen und spritzen halt Crack, das wird aus Kokain gekocht, mit Kaisernatron oder so. Ja, und jetzt, dann war ich, dann war ich, bin ich nach einem halben Jahr nach dem Gefängnis, wo ich hier auf der Straße war, bin ich, hat meine Mutter mich geholt, bei Leipzig wohnt sie da unten, ich habe versucht, in die Entgiftung zu gehen, bin dann ins Methadonprogramm gekommen, hat alles gut funktioniert und dann bin ich rückfällig geworden und dann hat meine Mutter mich rausgeschmissen. Und seitdem bin ich jetzt hier auf der Straße, seit eineinhalb Jahren, ja, und schlafe draußen und jetzt seit vier Monaten ungefähr bin ich endlich, habe ich einen Sozialarbeiter, der hat sich für mich gekümmert und wir haben es auf die Reihe gekriegt, ich habe meinen Hartz-IV-Antrag gestellt und habe mich darum gekümmert, dass ich ins Methadonprogramm komme. Aber der Arzt von Methadon sagt halt auch, wenn man auf der Straße hier lebt, Ballkonsum. Das geht nicht ohne Ballkonsum, das ist schwer. Also habe ich Ballkonsum. Ja, und wie gesagt, jeden Tag halt versuchen, ans Geld ranzukommen, Dosen sammeln, sonst was. Die Leute beklauen halt hier wirklich Leute, wo sie wissen, die kommen nicht von hier. Die kennen sich ja alle untereinander, wie eine Riesenfamilie kann man sagen. Und dann wird man beklaut. Oder man wird ausgenommen, bis man nichts mehr hat. Und dann tschüss. Und zur Zeit geht es auch Crystal hier rum. Ist sehr gefährlich. Und Fentanyl. Der Entzug von Fentanyl ist noch schlimmer. Ist ja für Krebspatienten eigentlich. Und der Entzug ist noch schlimmer. Das kann man auch rauchen und spritzen, aber es ist nicht dosierbar. Man drückt sich das oder raucht. Und der Turn kommt unterschiedlich. Und dann machen sie alles mehr als mehr. Und dann kann man ruckzuck eine Überdosis haben. Also zum Beispiel dieses Jahr waren es die meisten bis jetzt so in den letzten fünf Jahren an Drogentoten so Überdosis. Gerade, wenn man aus dem Gefängnis kommt und dann gleich wieder den ersten Druck macht. Denkt dieselbe Dosis wie vorher. Und dann ist es zu viel. Ich habe Glück, ich hatte noch nie eine Überdosis. Da bin ich ganz froh. Ich habe auch kein HIV, keine Hepatitis. Das haben die meisten hier. Weil ich immer ein sauberes Besteck. Wir haben hier zwei Druckräume. Da können wir unsere dreckigen Spritzen abgeben und kriegen neue Spritzen dafür und saubere. Und können halt auch in die Druckräume reingehen und können uns da aufkochen und können uns da den Druck machen. Wir kriegen halt jetzt Besteck und wird auf uns aufgepasst, wenn irgendwas ist. Ja, und sonst Alkohol, Prostitution, Straßenprostitution. Seit Corona ist es ganz schlimm, weil die Puffs haben zu die Laufhäuser. Also stehen die ganzen Leute an der Straße. Die Polizei macht mehr Kontrollen. Viel Krippe unterwegs. Ja, und viele Bulgaren und Rumänen sind jetzt da. Und es sind halt echt Leute. Du bist halt hier jede paar Minuten angesprochen. Hast du Zeit, kommst du mit. Die Mädels gehen für fünf Euro mit Männern aufs Hotel. Nur damit sie halt ihren Age holen können zum Beispiel, wenn sie in Zug kamen. Die machen sich halt ja alles kaputt auch. Und es gab es Anfang des Jahres, wurde ein Mädchen, die hat nur Stein geraucht. Die ist wohl mit dem falschen Freier mitgegangen. Wurde am Main vergewaltigt und wurde ihr dann die Kehle durchgeschnitten. Und vor eineinhalb Wochen ungefähr, auch ein Mädchen 17 oder 21, weiß keine, nur Rumänen. Es wurde darum erzählt, dass sie vergewaltigt worden ist, auch unten am Main. Und dann Kopf abgeschnitten und wurde in Main geworfen. Aber die Polizei hat gesagt, sie ist von der Brücke selber gesprungen. Und wurde vorher, vor ein paar Tagen vorher dann vergewaltigt auch. Ja. Also es ist kein schönes Leben. Am Dienstag habe ich endlich ein Vorstellungsgespräch, Gott sei Dank, dass ich endlich eine Einrichtung kann. Da habe ich mein eigenes Zimmer. Für Frauen nur. Kann ich abschließen, habe meine Ruhe. Ich versuche, das gerade zu biegen, einigermaßen. Und bin halt auch nur alleine unterwegs. Und man denkt, das sind Freunde, aber das sind keine Freunde. Die sind nur bei dir, wenn du was hast. Und wenn nichts hast und du mal Hilfe brauchst, ist keiner für dich da. Also man kann dir nichts glauben. Ja, und er sagt, ich habe noch ein Kind, eine Tochter. Die habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen. Bei ihr habe ich konsumiert in der Schwangerschaft, weil ich es erst im dritten Monat erfahren habe, dass ich schwanger bin. Und da hat die Ärztin gesagt, es ist schlimmer, wenn ich nicht konsumieren würde, weil dann hätte sie auch Bauchentzug. Hatte sie natürlich auch im Krankenhaus. Aber ihr geht es gut. Sie lebt zwar in einer Pflegefamilie. Ich habe es halbe Sorgerecht noch, aber ich darf keinen Kontakt haben, weil es ein anderes Jugendamt ist. Ja, und mit meiner Familie, mit meinem Papa ganz selten mal telefonieren. Für mich ist halt mein Opa. Der ist für mich da. Und hat mich am Anfang um Geld unterstützt. Meine Familie weiß ja Bescheid. Und dass ich keine Scheiße baue. Und hat mich auch besucht im Gefängnis, was meine Mutter nicht hat. Und ja, Oma und Opa waren halt immer für mich da. Und ich bin echt froh, wenn ich weg bin. Ich fangt nicht an. Kommt gar nicht erst hierher. Und wenn ihr euch das wirklich angucken wollt, nehmt kein Handy mit. Gar nichts. Weil ihr habt dann am Ende nichts mehr. Nichts. Und die klauen. Die klauen Geldbeutel, rennen weg. Reißen es einfach aus der Tasche und rennen weg. Also, oder Bankkarten. Damit kann man auch viele Sachen machen. Weil hier die Kiosken kaufen alles an. Die Leute klauen Alkohol, Zigaretten und die Kiosken kaufen das halt. Laufhäuser im Roten Haus zum Beispiel. Die Prostituierten. Haben Parfüms angenommen. Hat einen halben Preis für bekommen. Ja. So, wir sagen mal. Zehn Euro für 0,2 Gramm Heroin. Wenn es auf der Waage, wenn man es selber sieht. Ein Gramm Heroin. Wenn man die Leute kennt. 25 Euro. 30, 40. Und der Stein. Das sind zwei gute Pfeifenzüge. Oder Crackpfeife. Zehn Euro bezahlt sie da. Ja. Und wie gesagt. Das Leben ist nicht schön. Es macht Spaß am Anfang. Man findet es toll. Aber wenn man es braucht. Und der Körper braucht es. Dann. Mhm. Und gerade wenn man auf der Straße lebt. Eine Familie verliert. Man kann seine Kinder nicht sehen. Und ich bin noch jung. Ich habe mein Leben eigentlich noch vor mir. Und ich wollte nicht sterben. Weil es ist viel Dreck zur Zeit. Man sagt, man kann in den Druckraum ein bisschen abgeben vom Heroin oder Stein. Und dann testen die das im Labor. Wie viel Prozent überhaupt drin ist. Und von 1 bis 60 Prozent. Und die strecken das ja mit Kopfschmerztabletten. Und Kaffee. Und mit allem Möglichen. Und deswegen ich. Und beim Crack ist es auch. Die machen da sonst was rein. Und jetzt zur Zeit, wenn man sich das drückt. Haben viele Leute, die sehen Crack. Beim Crack das heißt Coca-Würmer nennen die das. Die drücken sich das. Und dann haben die so einen Film. Entweder fangen sie an, auf dem Boden überall zu suchen. Nach dem Stein. Ob sie was finden. Oder sie fangen an, an ihrer Haut aufzupickeln. Sachen. Und denken, da sind irgendwelche Würmer drin. Und dann puppeln sich das alles auf. Und ja. Und hören halt mehr auf. Obwohl da gar nichts ist. Die bilden sich das dann ein. Und das ist nicht schön. Zähne gingen kaputt. Du siehst fertig aus. Die Leute nehmen Abstand von dir. Du musst sehen, dass du frische Kleidung. Teilen die frische Kleidung aus. Essen kommen regelmäßig Leute. Es gibt hier ein Café für Frauen. Da können die Frauen duschen. Und kriegen neue Klamotten. Das gibt's. Aber sonst. Alles blöd. Also ich sag's euch. Probiert's nicht aus. Wenn ihr kifft, okay, macht's. Aber packt keinen Heroin oder Crack an. Crack macht Kopf krank und Heroin körperlich. MATT